Guten Tag, ich bin Oliver Zimmermann, bitte. Ich melde mich von der Online-Handelsplattform ab cfds.com. Sie haben bei uns das Konto gestern eröffnet, ja? Wen möchten Sie denn sprechen? Also, äh... Sackschweiß. Hol die Mac Sackschweiß? Ja, einen Moment bitte, ich hol den. Kleinen Moment bitte. Okay, danke. Ja, grüße, hier ist Mac Sackschweiß. Wer ist da bitte? Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Oliver Zimmermann, bitte. Ich melde mich von der Online-Handelsplattform ab cfds.com. Sie haben gestern Konto bei uns eröffnet, ja? Es geht um Bitcoin. Ah, es ist Bitcoin. Ja, richtig. Ich kann mich gut erinnern. Ja, deshalb also, Sie haben bei uns Konto eröffnet und deshalb melde ich mich bei Ihnen, damit ich Ihnen helfen kann, Ihre Handelskonto zu aktivieren und die weiteren Schritte erklären, wie alles bei uns läuft und funktioniert. Ah, das ist ja grossartiger Service. Ja, also, danke Ihnen. So, jetzt bitte, wenn ich fragen darf, mit welcher Summe möchten Sie anfangen zu handeln auf dem Finanzmarkt? Ah, das kommt ganz drauf an, was ich da, sag ich mal, für mich und meine Familie, sag ich mal, erwirtschaften kann. Ich bin ja ganz neu auf diesem Gebiet und wollte mich da erst einmal grundsätzlich informieren, weil ich bin seit vielen Jahren nicht mehr im Tal gewesen. Was trägt man heute für Jeans? Jetzt trägt man noch die Skinny oder trägt man wieder Bootcut? Also, dann bestimmt haben Sie Fragen, bitte, und ich kann Ihnen dabei helfen, also alles erklären, Ihre Fragen beantworten. Sagen Sie mich, ich habe jetzt vor wenigen Tagen erst hier oben auf der Alma einen Internetanschluss bekommen. Sagen Sie, Corona-bedingt bin ich jetzt seit über einem Jahr nicht mehr im Tal gewesen. Können Sie mir sagen, was spricht man unten im Tal, was gibt es für Neuigkeiten? Also, bei uns, bitte, dann werde ich Ihnen kurze Informationen über uns geben. Also, bei uns, Sie können mit Bitcoin, Aktien, Rohstoff und so weiter damit handeln und potenziell Geld verdienen. Und bei uns minimale Einstiegskapital, aber optimale Summe für den Finanzmarkt, das ist 250 Euro. Sie können mit diesen 250 Euro anfangen, jetzt schon zu handeln und mal so nachschauen, wie alles läuft, funktioniert und so weiter. Wenn es Ihnen weiter gefällt oder möchten Sie Geld auszahlen lassen, das ist überhaupt kein Problem. Sie können das auch gleichart und weise nach der Verifizierung machen. Das ist ja großartig, das ist ja genau so, habe ich mir das ja vorgestellt. So, jetzt bitte, wenn ich fragen darf, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder haben Sie noch nie auf dem Finanzmarkt gehandelt? Nein, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich habe erst seit wenigen Tagen Zugriff zum Internet. Ich bin ja hier auf der abgelegensten Alm in der Schweizer Bergrepublik. Das ist überhaupt kein Problem, weil wir haben zwei Dienstleistungen. Erste, das ist Autotrader, bitte. Sie können eine App herunterladen und diese App wird automatisch laufen. Ach, herunterladen? Ganz genau, und diese App wird automatisch dann laufen und also Positionen öffnen und schließen und dann haben Sie potenzielles Profit auf Ihre Handelskonto schon zurück. Ist das sowas wie eine Melkmaschine, sozusagen? Sozusagen ist das so auch. Das ist ja großartig. Und wir haben noch die zweite, bitte. Das ist die Konto-Manager-Service. Das ist ganz kostenlos für Sie. Großartig. Das heißt, sobald Sie Ihr Handelskonto aktivieren, bitte, bekommen Sie einen Anruf und diese Person wird Ihnen alles erklären, alle technischen Informationen geben, also wie Sie alles manuell machen. Ja, Positionen öffnen, schließen, wie können Sie zum potenziellen Profit kommen und so weiter. Ah, das ist großartig. Damit kann man ja, sag ich mal, auch Sachen im Internet bestellen, richtig? Also, Sie können mit dieser Person alles besprechen, womit Sie handeln möchten, wie viel Sie zum Beispiel profitieren möchten pro Tag, pro Monat und so weiter. Ja, was ist da denn möglich? Wie viel ist da denn möglich? Und mit dieser Person, also diese Person wird Ihnen helfen, eine richtige Strategie aufzubauen. Das ist sehr richtig. Wissen Sie, das Problem ist ja, hier oben auf dem Raum, da liefert die Post ja nicht und ich müsste mir, um ins Tal zu können, erstmal eine Maske kaufen. Aber ich habe keine, so kann ich nicht in den Laden gehen, um welche zu kaufen. Das ist ein grosses Dilemma, in dem ich mich gerade befinde. Und deswegen habe ich gehofft, dass ich mir, sag ich mal, mit diesen Internetwährungen, dass ich mir die Sachen bestellen kann, weil hier auf dem Raum, da zahlt man noch in Naturalien. Also, ich habe ganz, also die ganzen nicht verstanden, was Sie meinen, also im Internet bestellen, was meinen Sie? Heuss auch mit dieser Bitcoin, da kann ich doch Sachen im Internet kaufen, oder nicht? Ganz, also mit dieser Bitcoin kann man im Internet etwas kaufen. Ah, das ist großartig. Sie kaufen bei uns keinen Bitcoin, bei uns, Sie kaufen keinen Bitcoin, sondern handeln Sie mit Bitcoin. Und handeln, das bedeutet, Sie verdienen Geld zwischen diesem Unterschied, also die Preise wächst und sinkt, ja, von Bitcoin. Ah, das ist doch gut. Das ist wie mit dem schnellen, weil auf der Rahn, man muss halt nur aufpassen, dass man sich in sicheren Gefilden befindet, wenn die Lawine kommt. Aber dafür haben wir ja die Kunden mit diesen, mit diesen Whisky-Fässchen um den Hals. Die können im Notfall dann auch wieder rausgraben. Ja. Das ist großartig. Jetzt bitte habe ich eine Frage, bitte. Welche Möglichkeit haben Sie, Geld zu investieren? Haben Sie Pizza, Mastercard oder Online-Banking? Hat er. Ich möchte Ihnen weiterhelfen. Ich habe mich so über Ihren Anruf gefreut, die ist mir verschreckt, dass Ricola im Kals stecken geblieben. Ich habe erst vor kurzem erfahren, dass es sich dabei um Lutschbonbons handelt. Ich kann nur, ich sage mal, das ist ja ohne Zugang zu einer Apotheke ist es auf der Rahn mir auch nicht ungefährlich. Dann habe ich einen schlimmen, schlimmen Schub von Fieber gehabt. Und dann habe ich gedacht, das wäre ein Zäpfchen. Und dann habe ich bei Ricola angerufen, weil das das Einführen halt sehr wehgetan hat. Und ich habe mich dann aufgeklärt, dass es sich da um Lutschbonbons handelt. Ja, das habe ich verstanden. Aber welche Möglichkeit haben Sie bitte? Visa, Mastercard oder Online-Banking? Und möchten Sie überhaupt Ihre Handelskonto aktivieren? Ja, sicherlich. Aber sagen Sie mir, wenn ich da jetzt diese 250 investiere, wie viel kann ich da denn zurückbekommen? Also, Sie können das alles. Also, wenn Sie zum Beispiel Handeln anfangen und potenziell Geld verdienen und auszahlen lassen, bekommen Sie Ihre gewünschte Summe ausbezahlt. Aber wir nehmen davon, also sozusagen, das ist unser Profit, 3,5%. Ha, das ist ja in Ordnung, aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Also, Sie bekommen alles, also 250 Euro auf Ihr Handelskonto bis zum letzten Cent, wenn Sie das meinen. Nein, 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 das ist die Frage ist ja, wenn ich jetzt 250 investieren würde, wie viel ist das dann einen Monat später? Das muss ja mehr werden, sonst kann ich ja hier auf meinem Raum bleiben und die Ziegen begrepschen. Also, ich kann nicht so direkt sagen, aber ich kann so ungefähr schätzen, dass es pro Tag kann sein, 10 bis 15% von der investierten Summe. An jedem Tag, das ist ja großartig. Ja, und wie viel lang ist das ein Abonnement oder kann man das täglich zurückholen? Also, das ist kein Abo, bitte, also die Zahlung machen Sie nur einmalig, wenn Sie es wünschen. Sie können, natürlich, Sie sind nicht beschränkt, Sie können entweder danach draufzahlen oder auszahlen. Und egal, wie lange Sie das machen, also für uns spielt eine wichtige Rolle, dass Sie bei uns langfristig bleiben. Aber wenn Sie zum Beispiel nach zwei Wochen sagen Sie, das jetzt reicht und ich möchte mein Geld zurück, dann können Sie die Auszahlung tätigen. Das ist großartig und diese Auszahlung, die kann ich dann auch in diesem Bitcoin bekommen? Also, Sie können dieses Geld, also investiertes Geld und potenzielles Profit, auszahlen lassen. Also, bei uns, Sie kaufen kein Bitcoin, bitte. Sie handeln mit Bitcoin. Ah ja, da kann ich einfach ein paar für mich selber abzweigen. Wenn ich einen Schuhladen habe, dann kann ich auch ein paar Schuhe für mich selber behalten. Das weiss ich, weil mein Vater hat einen Schuhladen. Und heute versuchen mich noch, die Leute von der anderen Alm mit ihren Alpkönnen zu erreichen, um eine Bestellung aufzugeben. Und es ist dann immer schwierig zu antworten, weil es haben wir diese... Es gibt ja noch kein Alpkönsignal für Corona und Lockdown. Und es ist dann schwierig zu antworten. Genauer gesagt, Corona-Zeit, das ist also Corona. Wegen Corona-Krise, da auf dem Finanzmarkt ist viele Veränderungen passiert und passiert immer noch. Und das ist eine gute Möglichkeit, also in diesen schlimmsten Zeiten potenziell Geld zu verdienen. Ja, sicherlich. Also das ist so, wegen Corona-Virus passiert jeden Tag etwas auf dem Finanzmarkt. Und mit diesen Tagen, wegen Corona-Virus, sie können potenziell viel mehr profitieren als normalerweise. Also wegen Corona-Virus, das ist passiert. Klar, ich will dir aber auch nicht als Krisenprofiteur abgestempelt werden. Dann reden die Leute in Italien nicht mehr mit mir. Und dann bin ich ja völlig aufgeschmissen, weil die warten die Toilette hier oben. So, jetzt bitte, damit wir zu Punkt kommen. Jawohl. Sollen wir jetzt weitermachen oder was meinen Sie? Ja, sicherlich. Ich bin da ja sehr interessiert. Ich habe mir noch ein paar Informationen nachhofft. Ich kann Ihnen ja nicht einfach Geld geben, ohne zu wissen, was ich mache. Nicht wahr? Also, ich habe von meiner Seite alles erklärt. Erst wenn Sie Fragen haben, also stellen Sie das bitte. Ja, die Frage ist jetzt ja, wenn ich das da investiere und das zurückbekomme, ist das denn ein steuerpflichtiges Guthaben, was ich da erwerbe? Oder ist das frei verfügbar auf dem Raum? Weil wir haben ja auch vorhin, innerhalb weniger Jahre her, wir haben jetzt schon eine Volksbefragung unter den Eidechsen und Schafen durchgeführt. Und es sieht schon aus, als ob die Mehrheit der Bewohner für die Autonomie der Raum wäre. Wir würden also auch die Unabhängigkeit anstreben. Okay. Das ist bitte, also wenn Sie Geld auszahlen lassen, das ist für sich steuerfrei, aber das Einzige, was Sie sozusagen bezahlen, das ist 3,5 Prozent, was an uns bleibt. Das ist bitte unser Profit. Nur diese 3,5 Prozent zahlen Sie, ja? Also nicht auf ein anderes. Das ist ja sozusagen die Kommission des Ganzen. Ganz genau. Ah, ich verstehe, das ist ja völlig legitim, sagt Sie, müssen ja auch von etwas leben. Also wenn Sie zum Beispiel mal nach zwei Monaten, zwei Wochen oder so potenziell Profit 1000 Euro auszahlen lassen, ja? Jawohl. Davon bekommen wir 35 Euro. Das ist unser Profit und deshalb liegt dann unser Interesse, dass Sie bei uns langfristig bleiben und erfolgreich handeln. Aha, das ist ja super, grossartig. So, jetzt noch eine Frage. Und jetzt ist die Frage, wie gestaltet sich das? Wird das nach jedem Gewinn abgebucht oder erst wenn ich auszahle? Also, ich habe nicht verstanden, bitte, was meinen Sie? Die Frage ist, diese Kommission, fällt die an, wenn ich das Geld anfordere oder nach jeder Transaktion, die ich erfolgreich abschliisse auf Ihrem grandiosen Unternehmen? Nein, das nur auch bei der Auszahlung, bitte. Nicht bei der Positionenöffnung. Da kann ich das ja auch alles verzocken, dann kriegen Sie gar nichts. Haha. Also, Sie können ganze Zeit verzocken, das ist überhaupt kein Problem. Sie können das ganze Zeit machen, aber es kommt doch Zeit, wenn Sie das auszahlen lassen möchten, ja? Ja, sicherlich. Kann ich das denn auch in Bitcoin auszahlen lassen? Hallo? Ist die Frage zu schwierig? Möchten Sie auch Bitcoin auszahlen lassen, ja? Ja, geht das, geht das. So, bei uns, ich habe schon zwei, dreimal gesagt, bei uns, Sie können Bitcoin nicht kaufen. Bei uns, Sie handeln mit Bitcoin. Nein, ich will es ja nicht kaufen, ich will das ausgezahlt bekommen. Weil hier oben auf der Rhein, so ich lebe ja mit 600 Ziegen. Das Problem ist, Sie haben ja schon mehr einfach den Inhalt meines Portemonnaies aufgefressen. Und, sag mal, mit einer digitalen Währung ist das natürlich nicht mehr möglich. Weil, wie soll man von der Alme runterkommen, wenn man das nur mit dem Lift machen kann? Wenn die Ziegen aber das ganze Geld gefressen haben, das zum Betrieb notwendig wird. Ich habe mir das mit einer Drohne einfliegen lassen müssen, dass ich herunterkam. Das ist ja eine skandalöse Zeit gewesen. Anu, also, jetzt bitte, wie ich schon sagte, Sie können bei uns in der Währung auszahlen lassen, entweder im Euro oder im Dollar, bitte. Geht auch Schweizer Franken? Auch. Das geht auch, das ist großartig. Ich sage mal, mit dem Euro kann ich ja nichts anfangen, der wird im Tal unter nicht akzeptiert. Äh, also, ich habe die Frage nicht verstanden. Ist ja eine mehr eine Aussage gewesen. Ich habe gesagt, wenn der Schweizer Franken eine Auszahlungsmöglichkeit ist, dann bin ich damit sehr zufrieden, weil die, schau ich mal, die verbotenen Ochsen im Tal, die akzeptieren kein Euro. So, damit wir jetzt alles zur Sache kommen. Haben Sie Zeitdruck? Also, ja, weil wir warten auf andere Kunden auch. Ah, das ist ja schrecklich. Also, wir arbeiten den ganzen Tag und deshalb, also, jetzt warten auf meine Linie noch zwei, drei Kunden. Und deshalb muss ich fragen, machen wir das weiter oder sollen Sie jetzt nochmal überlegen? Nein, nein, wir können das schon fertigstellen. Ich will ja, ich möchte ja möglichst viel Profite wirtschaften. Das wird ja dann der Hauptwirtschaftszweig der Almrepublik. Wir haben hier ja auch mehrere Rehe und da haben wir halt auch durchgeführt, die zu befragen. Und die Rehe haben sich halt die Staatsform der Republik gewünscht, falls Sie den Wortwitz verstehen. Oh, warten Sie ganz kurz bitte. Jetzt bin ich transferiert worden. Hallo. Ja, hallo, ja, hallo, ich grüße Sie. Ja, grüß Sie. Frau Schneider ist, ja, Frau Schneider ist mein Name, bitte. Jawohl. Ich melde mich von Abbuchungsabteilung von abcfd.com, ja. Sie haben gerade mit meinem Kollegen gesprochen, bitte. Richtig. Sehr gut. So, Sie wissen ja, damit Sie anfangen, schon potenziell Geld zu verdienen, Sie brauchen erste Investitionen zu tätigen. Ja, natürlich. Und das ist ja die minimale Einstiegskapital, 250 Euro, ja. Großartig. Ja, großartig. Sind Sie schon mal hier auf der Alm gewesen? Sehr gut. So, wir können das Geld hier dringend benötigen. Wo bin ich gewesen, bitte, Entschuldigung? Ich war hier auf der Schweizer Alm. Ähm, ich weiß nicht, was ich meine. Wir sind jetzt seit Jahren keine Touristen mehr hier gewesen, wir könnten das halt auch dringend brauchen. Aber die Schafe haben halt in der Volksabstimmung dagegen votiert, dass wir sagen, meine Touristen haben. Sie brauchen das Geld, damit Sie anfangen zu handeln, ja? Jawohl. Sie brauchen das Geld. Jawohl. So. Haben Sie Visa oder Mastercard, bitte? Das ist ja im Prinzip der Sinn des kompletten Gesprächs gewesen. Und ich hatte auch den Kollegen schon gesagt, dass wir hier auf der Alm, sag ich mal, hauptsächlich in Naturalien handeln. Dann müsste ich fragen, was Sie akzeptieren würden. Äh, Sie werden alles auf unserer Webseite sehen, ja? Ja, können Sie mir das dann bitte zeigen? Natürlich, gerne. Womit können Sie online gehen, bitte? Ja, ich muss mal kurz meinen Computer anmachen, jawohl. Okay, dann schalten Sie Ihren Computer ein, weil Sie sind gestern registriert worden. Ah, sicher. Bestimmt haben Sie diese E-Mails. Jawohl, ich habe mich da jetzt, sag ich mal, schon ein bisschen umgeschaut. Welche E-Mail-Adresse ist denn da aufgetaucht bei Ihnen? Ich habe hier diverse. Für den Fall, dass die mal ausgehen. Eine Sekunde. Wir werden nicht ausgehen, ja? Wir reden jetzt geschäftlich, richtig? Nein, nein, das ist keine Möglichkeit, mehr eine E-Mail-Adresse zu generieren. Okay. Warum habe ich es einmal diverse angeregt? Ich habe Ihnen... Genau, Sie haben Ihre G-Mail.com hinterlegt. Ja, aber welche? Und... Ich habe da diverse angeregt. Äh, es fängt mit, äh, Havi Heinrich an. Mit Heinrich? Mhm. Da habe ich auch mehrere. Okay, dann warten Sie ganz kurz. Ich überprüfe das. Jawohl. Das ist ja sehr gute Musik bei Ihnen. Hier oben auf der Alm hören wir hauptsächlich Schlager. Das mögen die Schafe am liebsten. So, ich habe das jetzt, äh, gecheckt und ich bekomme eine Antwort, mit welcher E-Mail Sie bei uns registriert sind. Bis dahin haben Sie schon Ihre Computer eingeschaltet. Jawohl, der ist offen. Sehr gut. Äh, haben Sie Erfahrung in diese Richtung? Sind Sie die... Oder ist das alles neu für Sie? Sind Sie die Petra Schmidt? Nein, ich bin nicht die Petra Schmidt. Sie werden ein E-Mail von supported-apps.cfds.com bekommen. Ach, der ist der ja! Haben Sie? Ja, natürlich. Okay, öffnen Sie diese E-Mail. Jawohl. Umgefähr in der dritten oder vierten Seite haben Sie einen Link. Warum schreien die da bei Ihnen so? Ist ein Feueralarm. Nein, wir sind sehr viele Leute und hier ist ganz schön vieles los, weil die Anfrage ist sehr groß wegen Bitcoin-Preis. Wären Sie so freundlich, mal diese Musik auszuschalten? Das könnte schon sein, dass das eine Lawine auslöst hier auf der Alm. Sie brauchen sich darüber keine Sorgen zu haben. Ja, natürlich. Okay. So kriege ich am Ende Post von der GEMA, wenn das zu hören ist. Das kann ich Ihnen nicht verantworten. Okay, haben Sie jetzt Ihre E-Mail gecheckt? Sie ignorieren sehr galant hier an meiner Reihenwände. Ja, ich habe das angefunden. Sehr gut. Okay, dann öffnen Sie diese E-Mail und ungefähr in dem dritten oder vierten Satz finden Sie einen Link von www.upcfds.com. Jawohl. Okay, drücken Sie da drauf. Das wird gemacht. Okay, und dann werden Sie schon online sein. Ich bin die ganze Zeit schon im Internet. Im Internet sind Sie aber. Jetzt sind Sie auf unserer Webseite online. Sicherlich. Sehr gut. So, ähm, gut. Können Sie den Hintergrund etwas leiser machen? Das ist sehr laut. Jetzt ist es aber leiser. Richtig? Ja, jetzt ist es viel besser. Das ist ja vielen Dank. Okay, sehr gut. Ich bin Sie ja selbst zum Danken verpflichtet. Okay. Ähm, gut. Wollte ich kurz mal fragen, bitte. Sie wollten mit 250 Euro anfangen? Da bin ich mir ja noch gar nicht so sicher, weil der junge Mann, der hat ja nicht sehr gut Schweizerdeutsch gesprochen. Ich habe ihn ja gar nicht wirklich verstanden und er mich auch nicht. Ja, weil, äh, ich spreche auch eigentlich gar nicht Schweizerisch, ja. Ich spreche auch mit Ihnen auf Deutsch. Ja, das ist ja, sagen wir mal, eine dieselbe Sprache. Das sind ja die indogrammanischen Sprachzweige. Hm, ja. Aber ist so ein bisschen anders, klingt es trotzdem. Ja, aber man kann das verstehen, sag mal, Ihr Kollege, der hat ja, der hat ja den Kopf im Schnee gehabt, der hat ja überhaupt nichts verstanden. Ist der neu bei Ihnen? Ist der noch in der Ausbildung? Ich versuche, äh, Sie zu verstehen. Ich denke, ähm, irgendwie klappt das bisschen besser. Ah, Sie kann man sehr gut verstehen. Das ist wunderbar. Aha, das freut mich. Ah, Sie machen das sehr gut. Aber haben Sie Deutsch gelernt? Wenn es beim Goethe-Institut oder beim Kaugummi-Automat? Okay, äh, reden wir jetzt geschäftlich, bitte. Ah, das machen wir doch. Wenn Sie, wenn Sie interessiert sich... Ich versuche ja nur eine freundliche Gesprächsebene mit Ihnen zu schaffen. Wir können uns auch anschreien, wenn Ihnen das lieber ist. Nein, natürlich nicht. Ich bin das gewohnt, die Schafe anzutreiben. Das schaffe ich das auch mit Ihnen. Äh, besser Sie treiben das mit Schafe, äh, weil mit mir zu anzuschreien, äh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Deswegen? Wollte ich ja freundlich sein, aber Sie möchten ja nicht mit mir reden. Okay, ich rede doch mit Ihnen sehr freundlich. Ja, aber Sie sind ja immer sehr, sehr gaustig, wenn ich etwas frage. Ja, weil, äh, wir reden jetzt, äh, geschäftlich genau an der Sache, warum Sie bei uns registriert sind, weil... Ah, sicherlich. Aber wenn es mir jemand auf die Arme kommt und er möchte fünf Schafe kaufen, dann setze ich mich mit ihm hin, Kaffee und Kuchen. Dann können wir uns unterhalten, kennenlernen und dann können wir ein Geschäft machen. Nein, nein, dafür, nein, so läuft das hier nicht. Ja, das ist aber, da müssen Sie aber dringend nachbessern. So, die Schweizer Gastfreundlichkeit, die fehlt eindeutig in Ihrem Unternehmen. Ja, das, ich verstehe schon, aber Sie können mich jetzt nicht auf Kuchen und, ähm, Tee einladen und so. Das ist ein Online-Geschäft. Ja, sicherlich. Also, ich habe auch eine Webcam. Wir können auch einen Webcam-Chat machen. Okay, so. Haben Sie eine Webcam? Eine Sekunde bitte, ja? Haben Sie vor, Ihre Handelskonto zu aktivieren? Ja, sicherlich, ich will ja Geld verdienen. Sehr gut. Okay, haben Sie Master-Auskarte oder Visa-Karte? Ja, ich habe ich auch, sicherlich. Okay, dann jetzt öffnen Sie eine Seite. Öffnen Sie eine Seite? Soll ich A4 oder A3? Nein, ich schicke Ihnen jetzt ein E-Mail. Eine Sekunde, nochmal. Ah, jawohl. Das ist ja großartig. Sagen Sie, wie lange machen Sie das schon? Also, Ihre Firma, ist das neue Markt oder ist das etabliert? So, schauen Sie nach, bitte. Sie haben jetzt ein E-Mail bekommen von Sussi Schneider. Sussi Schneider, ist das Ihr Name? Öffnen Sie das? Nein, das ist der Name der Buchhaltung. Von der Buchhaltung? Mhm. Das ist großartig. Junior-Assoziate, das ist ein weitragender Titel. Genau. Okay, öffnen Sie diese E-Mail, bitte. Jawohl. Und ungefähr in der dritten oder vierten Satz, Sie sehen einen Link von Trading University Online. Aber irgendwas ist da schiefgelaufen, da steht ein völlig falscher Vorname drin. Welcher Name steht da drin? Da steht Shandab, das ist nicht mein Vorname. Vielleicht haben Sie sich falsch eingetragen. Können Sie das korrigieren? Sonst ist das ja alles nicht richtig. Kein Problem, wenn Sie fertig sind, dann können wir das korrigieren. Das muss ja ein Fehler auf Ihrem Computer sein. Mein Name ist ja Hody McSachweiss, nicht Shandab. Das hört sich an wie ein Inder. Ich verstehe schon, aber wenn das nicht die richtigen Daten wären, dann hätten Sie doch E-Mail nicht bekommen. Vielleicht haben Sie das so eingegeben im System, aber ich werde das ändern. Das ist sehr freundlich. Soll ich Ihnen buchstabieren? Sehr gerne. Das ist Heinrich, Oskar, Dora und Y, Hody. Gut, jetzt öffnen Sie bitte diese Seite. Jawohl. Wir machen das nachher noch. Ich habe das geöffnet. Okay, und was sehen Sie? Also im Moment schneit es ein wenig. Wo? Noch hier auf der Alm. Ich meine auf der Seite, was sehen Sie? Da sitzt ein sehr eloquenter junger Mann. Der müsste sich mal dringend rasieren und das ist ungestrübt in seinen Bart. Da sollte er mal auch einzunehmen wieder. Sehr gut. Ist die Sprache auf Deutsch oder auf Englisch? Nein, das scheinen wir auf Englisch zu sein. Okay. Sehen Sie bitte über seinen Kopf, ein bisschen oben, sehen Sie eine amerikanische Flagge? Jawohl. Gut. Drücken Sie da drauf auf diese Flagge und dann kommt die Deutsche raus und drücken Sie auf die Deutsche. Haben Sie keine Schweizer Fahne? Nein, das ist sehr diskriminierend. Drücken Sie da drauf bitte. Das geht nur um die Sprache und nicht auf die Pfanne. Sonst ist da auch keine chinesische Pfanne drauf. Aber das ist mir egal, weil mit den Kommunisten haben wir ja nichts zu tun. Okay, so. Jetzt haben Sie die Sprache auf Deutsch, ja? Sicherlich, freilich. Sehr gut. Okay, jetzt scrollen Sie nach unten und irgendwo in der Mitte sehen Sie 250 Euro Paket. Sehen Sie nach unten? Das ist aber ein teures Niveau. Na gut, hier auf die anderen Pakete zu transportieren. Das ist generell immer sehr teuer. Ja, sehen Sie das? Ja, sicherlich. Genau. Unter 250 Euro drücken Sie auf die Choose Package drauf. Ach, was soll ich machen? Unter 250 Euro scrollen Sie nach unten und drücken Sie auf die Pakete auswählen drauf. Wer ist denn auf dieser Seite für die ganzen Rechtschreibfehler verantwortlich? Haben Sie das gemacht, bitte? Das sind ja, sage ich mal, sehr, sehr schlechte Deutschkenntnisse, die die da haben. Also Währungskalender ist ein Wort, das wird man nicht in mehrere aufteilen. Vielleicht können Sie das weitergeben. Alles klar, das werden wir auch ändern. Haben Sie auf die Choose Package gedrückt? Ja, ich habe drauf gedrückt. Sehr gut. Und was sehen Sie jetzt? Es steht jetzt Rechnungsdetail. Es ist alles leer. Genau, jetzt füllen Sie bitte alles auswählen. Ihre Vorname, Nachname geben Sie jetzt richtig ein, damit wir das korrigieren können. Jetzt muss ich ja mal nachfragen. Ihre Internetseite, die Sie mir vorhin gezeigt haben, also das, wie hieß das nochmal? Upp, CFDS, das kann man ja gar nicht aussprechen. Wie wird das ausgesprochen? Ab CFDS.com Was bedeutet das? Oder ist das einfach nur eine lustige Kombination von Buchstaben? Nein, das ist nicht so. Sondern wie? Das werden wir nachher erklären, bitte. Aber ich muss Sie fragen, auf Ihrer Internetseite, da steht ja ganz unten, Republik Estland. Und jetzt auf der Seite, wo ich jetzt bin, da steht Tschechische Republik. Das ist die Abrufungszentrale. Die Abrufungszentrale ist jetzt in Tschechien und die Verteiler, die reicht immer dann weiter. Ach so. Ich sehe gerade, Sie nehmen auch American Express. Ja. Das ist ja großartig. Kann ich die auch verwenden? Okay. American Express für die Schweizer Kunden nicht. Ah, warum nicht? Oder für die Deutsche. Ah, wieso denn? Das ist ja ein anerkanntes Zahlungsmittel. Ja, ich verstehe schon, aber nicht für die deutschen Kunden, ja? Okay. Gut. Also, jetzt haben Sie die Daten alles ausgefüllt, bitte? Ich habe das alles eingetragen. Und jetzt brauche ich dann... Ja, wird Ihre E-Mail-Adresse auch? Ich brauche dann halt auch noch Ihre Anschrift, dass ich den Versand aktivieren kann. Bekommen Sie jetzt gleich sofort. Jawohl. Schauen Sie nach, bitte. Die E-Mail haben Sie auch eingegeben. Jawohl, die habe ich auch eingegeben. Jetzt ganz unten bestätigen Sie, dass Sie 18 sind und drücken Sie auf die Abschicken. Jawohl. So, was sehen Sie jetzt? Ist abgeschickt. Erfolgreich. Okay, und was sehen Sie jetzt auf die Seite? Da kommt jetzt sicherlich noch einmal eine E-Mail. Zur Bestätigung, oder nicht? Natürlich. Gut, können Sie mir dann jetzt bitte einmal Ihre Adresse durchgeben? Jetzt bekommen Sie das gleich, sobald wir alles bis zu Ende gesagt haben. Ich muss Ihnen ja die Beutel mit der Schafkacke fertig machen. Das ist ja der beste Dinger in der ganzen Welt. Weil hier oben auf der Rande, da fressen die nur naturbelassenen Sachen. Okay, was sehen Sie jetzt gerade auf dem Bildschirm? Ah, jetzt bin ich gerade wieder in meiner E-Mail-Aktion und warte darauf, dass ich eine Rechnung bekomme. Ein Gegenstück. Haben Sie bestätigt, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind? Ja, selbstverständlich. Ich bin ja 37. Okay, und haben Sie das abgeschickt? Ja, selbstverständlich. Okay, und was sehen Sie jetzt? Jetzt bin ich bei der E-Mail und warte auf die Bestellung. Bei der E-Mail sehen Sie nicht. Ja, doch. Wir möchten jetzt verschiedene Möglichkeiten zu sehen, mit der Karte einzuzahlen, ja? Ach schau. Ich habe das schon wieder weggedrückt. Da muss ich das nochmal kurz eingeben. Einen Moment bitte. Ja, geben Sie das ein, bitte. Holy Mac Sachschweiss. Ist das eigentlich ein schöner Name? Mögen Sie Sachschweiss? Hallo? Haben Sie alles eingegeben? Nein, ich bin doch kein Ferrari. Ich brauche schon einen Moment. Ha, 250 Euro. Die werden mich reich machen. Haben Sie schon? Jawohl. Oder wie weit sind Sie? Da steht keine gültige Postleitzahl. Aber die Alm hat keine Postleitzahl. Hallo? Ja, bitte. Was soll ich denn jetzt machen? Geben Sie die Postleitzahl ein. Ja, aber ich wohne auf der Alm. Die hat keine Postleitzahl. Das ist ja, sage ich mal, so eine Hütte im Wald hier. Ja, in der Stadt, in Ihrer Nähe, gibt es bestimmt eine Postleitzahl, ja? Ja, sicherlich, aber die reden ja nicht mehr mit mir. Da geben wir diese ein. Die reden ja nicht mehr mit mir, wenn die dann mitkriegen, dass ich deren Postleitzahl verwende. Die kommen mit den Missgaben nach oben. Sie haben mir gesagt, Sie machen das. Wir sind kein Ferrari und ich war ruhig, damit Sie alles in Ruhe fertig machen können. Ja, sicherlich. Weißt du, wir haben hier oben auf der Alm. Und wie weit sind Sie? Wir haben ja so viel Zeit. Jetzt habe ich schon eine halbe Stunde Ihre Zeit genommen. Wie weit sind Sie jetzt, bitte? Also ich brauche ungefähr noch zwei, drei Minuten, dann können wir zusammen, Sie wissen schon. Und was sehen Sie jetzt gerade? Also im Moment gucke ich mir gerade Bilder von den Schafen an, die wir letztes Jahr zur Welt gebracht haben. Ja, das meine ich nicht. Ich meine an Ihrem Computer. Sie machen mich nicht so anzustreien. Sie elender, garstiger Kopie. Ich schreie nicht, Sie verstehen einfach nicht, was ich gesagt habe. Und deswegen habe ich ein bisschen deutlicher gesagt. Ja, Sie sprechen schon sehr deutlich. Ihre Sprache ist ja unverkennbar. Das freut mich, wenn Sie das alles jetzt verstanden haben. Ich habe das vorher schon verstanden. Ich habe ja im Prinzip nur versucht... Was sehen Sie jetzt? Was sehen Sie jetzt? Können Sie mir bitte Ihren Vorgesetzten geben, so lasse ich nicht mit mir sprechen. Was sehen Sie jetzt? Geben Sie mir bitte Ihren Vorgesetzten. Was sehen Sie jetzt? Geben Sie mir Ihren Vorgesetzten. Was sehen Sie jetzt? Ich hole gleich eine Zige ans Telefon. Das sage ich Ihnen. Sie haben schon Ziegenscheisse auch mir angeboten. Aber ich habe das so getan, als ich das nicht hörte. Ja, sicher. Ziegenscheisse. Das können Sie selber fressen. Das ist das Einzige, was Sie verdienen, Sie elender. Was? Herzlich willkommen zurück auf der Ahr, meine Freunde. Sie haben mir Ziegenscheisse angeboten. Ja, und du bekloppte kannst trotzdem noch 20 Minuten weiter mit mir. Ja, und ich habe das so angesprochen. Hoffentlich schmeckt es dir. Dieses Gesindel, dieses Eilende. Die wird nicht auf die Arme hochgelassen. Da rollen wir Schafe herunter, wenn die versuchen drauf zu kommen.